Sooo, und Geronimo! Das ist eine ganze Weile genau, bis der Fallschirm aufging. Ja, Vollspeed mit dem kaputten Reifen. Da unten in der Stadt sind dann zwei Leute. Und zum Rücksitz, ja, und umkippen, sehr schön. Ich nehme das mal flott auf und ich habe jetzt so einen Kamerawinkel, dass keiner sieht, wo wir sind. Oh, jetzt. Ich kann nicht schwimmen. So, jetzt geht's doch. Na, komm, Blut. Oh, krasse Scheiße, geil. Was machst du mit dem Auto, Alter? Das ist nur ein Offroader. Ich meine, wir könnten ja Harry Potter spielen, ne? Da das gerade so geil aussieht, nehme ich das auch übrigens auf. Du bist 3000. Mir steht nämlich die Hinterachse gerade ordentlich in der Luft. YouTube. Hallo YouTube. Und ich als Batman. Ja, schön. Was? Ich habe gerade Soundstacks eine neue Folge geguckt. Die dritte ist ja wohl geil, oder? Ach ja, nein, verbunden, Bein gebrochen, Bein gefixt und dann kackt der Server ab. Perfektes Timing, hey. Oh ja. Ach, das ist doch ein Vogel. Ich dachte, da rennt einer. Noch mal selber. Ach ja, schön. Ähm, da habe ich aber nicht hingeschossen. Sag mal, wie muss man denn hier zielen? Wollt ihr mich verarschen? Ja, hier sind Richtungen und... Ach so, Tower, Tower war richtig. Ich guck! Blas ihn! Ich skype mit ihm! Eins muss man wieder sagen, ne? Sonst stupst der mich gleich wieder an. Wo ist der sch... Tadaa, da war der... Yes Studio! Jaaaa! Bist du mir dabei? Was? Ja, ich muss die ganze Creme von den Oreo-Keksen abkratzen. Weißt du, was das für eine Arbeit ist? Hä? Au, Bananen, das gibt's doch nicht. Bleib stehen, Motorrad. Bleib stehen. Nein, was geht jetzt? Jetzt rutsch ich mit dem Motorrad runter. Geil. Fuck. Oh nein. Oh, komm komm komm. Ja, ja! Es steht, es steht. Komm und jetzt hier scheiße. Ja, er steht! Jaaaa! Ah, so. Noch ein bisschen Anlauf nehmen. Gucken, ob man irgendwo dabei runterfallen. Die Armbrust ist ja sehr präzise. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. So, meine Damen und Herren, richten Sie Ihre Augen bitte auf den linken unteren Bildschirmrand. Da steht vielleicht gleich mein Name. Hach. Ha! Leroy Jenkins! Und flieige! Jaaaa! Killer, Killer. Nein, jetzt hänge ich im Baum. Jaaa! So läuft das. und damit habe ich direkt auch natürlich mein Rad gefickt, aber sah schön aus. Beim nächsten Mal machen wir das noch epischer, aber auch für den ersten Sprung war es gut. Komm, komm, wir schaffen jetzt noch den Berg runter, auch mit kaputten Reifen. Das ist was für Leute, die viel Zeit haben mit dem Boden. Wenn man mal ganz viel Angeweile hat. Hahaha, was habe ich gesagt? Puh, nice. Ja, so kann man ein Schild auch mal aufstellen, das ragt hier durch die Terrasse von dem Haus. Sieht gut aus. Willkommen in Russland. Ich schalte halt an, gucke nach hinten, steige aus, gucke nach hinten, läuft er in meine Richtung, habe schon abgeknallt. Ja, ich fahre mit dem, keine Ahnung, mit 100 an dem vorbei, fahre 100 Meter weiter, steige aus und alle drei erschossen. Und dann irgendwann stand der so schief, dass er nicht mehr fahren konnte, weil der Reifen kaputt war. Ich bin ausgestiegen, weil ich die Fensterscheibe erschossen. Das hätte ich echt aufnehmen müssen. Okay. Einmal komplett rum. Gut. Gut. Dann drei, eins, zwei, drei. Aber ohne Ram, okay? Oh man, dein SUV ist schneller. Warte kurz, ich steig raus und knall den Reifen ab. Ähm, du musst über den Stern fahren, dann kriegst du einen Schildkrötenpanzer. Ah, okay. Was wird das denn hier? Abkürzung oder was? Abkürzung. Ja, gewonnen. Ja, Glanzschuss. Soundstacks? Ja. Das ist jetzt dein Part. Ach dich. Ich komme mal zu dir. Scheiße, Wollte. Der hat ein Ghillie. Da, der läuft da hinten. Der sieht uns, glaube ich, auch schon. Martin. Siehst du, da kommen die Heckler uns zu. Ah, ich glaube, ich habe ihn. Ja, ja, ich habe ihn. Schieß. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ja, ich habe ihn getroffen. Sehr schön. Yes, Studiore. Nice. Haha, geil.